Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pac-Man 3 Deluxe und wir haben noch ein paar Scherben. Ich würde mal sagen, das sind die letzten. Brittany? Geh mal bitte hier hin. Da sind Gegner drin. Ja. Geh mal bitte hier hin. Geh mal bitte hier hin. Sollten wir die abtragen? Komm. Hilf denen mal. So, Alves ist ja eh da hinten. Ich suche in der Zwischenzeit. Ah, hier gibt es noch eine Datei. Schön. Na, Brittany. Blomp. Hier gibt es aber nichts weiter. Ich dachte, es gäbe hier wieder dieses komische Nektar-Vieh. Haben wir nur hier. Alf kommt gleich mit den anderen Pickern. Aber wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Also, ich würde jetzt wahrscheinlich eher nicht mehr hier hochgehen, weil wenn hier jetzt der Boss ist, das bringt mir eigentlich alles nichts. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich nach hier. Und, ähm... Gönnen uns noch einfach... Habe ich keine Flugpigment mehr? Na, dann bringt die ihr das einfach weg. Wir machen einfach hier, äh, das hier. Hallo. Alf. Moin. Na? Was geht ab? So. Können wir noch irgendwas machen? Außer Bärenfarben. Wahrscheinlich nicht. Nö. Also, wir könnten noch diese drei Riesenömmel besiegen. Aber, das ist auch nicht ganz so einfach. Wir hätten Bomben. Das wäre eine Möglichkeit. Warte, haben wir noch Bomben? Nee, ne? Okay. Okay. Bleibt ihr mal da. Ihr kümmert euch um die Bären. Wir kümmern uns um... Bomben. Falls wir noch welche haben. Und ich hoffe, rote Pikmin... Dass ihr das natürlich euren Freunden überlasst. Nee, warte mal. Wir haben doch hier die roten. Weil dann killen wir erst mal das hier. Was ist er denn für eine Aktion da? So. Äh, ja. Ich glaube, die Bombe haben wir schon geholt, ne? Das bringt mir jetzt nichts, wenn ich da... Gehen wir zu Brittany. Die sind noch nicht nachgewachsen. Okay. Ja, ne. Okay. Die haben wir benutzt. Schade. Sonst hätte ich die jetzt nochmal geholt. Dann hätte ich noch die Viecher gekillt. Oh, das war das. Ach, also. Ich bin ein bisschen zeitgeist. Schade. Und dann habe ich es. Ich bin ein bisschen wieder. Oh, okay. Ich bin ein bisschen gefördert. Ich bin ein bisschen Moment. Ich bin ein bisschen weggezogen. Okay. Achso, das könnt ihr auch noch. Gönnt euch. Gönnt euch. Was ist eigentlich da hinten? Ja, okay, wow. Let's go. Mega Vermehrung heute. Mega Vermehrung heute. Mega Vermehrung heute. Nice. Geil. Haben wir noch Blumenpigment gemacht am Ende. Ja, es war nicht so ganz erfolgreich, aber naja. Obwohl, doch geht ja eigentlich, ne? Herrs auf Depot, jo. Boah, geil. Boah, ist das eine geile Farbe. Boah, jetzt kommt ein ganz geiler Lila-Trank raus. Yo, nice. Schönheitsideal. Einmal Birnensaft und noch einmal Birnensaft. Wahrscheinlich begibt er zweieinhalb oder so, oder? Ne, nur zwei. Okay. Und wegsaufen. Yay. Oh, ihr könnt noch 42 Tage überleben. Ist auch nice. So, wie weit sind die, äh... 135 haben wir schon. Ach du Scheiße. Oh, okay. Was sind das für seltsame Steine, die die Pilgung gefunden haben? Wesse Ergebnisse lassen eine hohe Energiekonzentration im Innern vermuten. Wenn die Steine Erschüttung ausgesetzt, könnte eine Ketterreaktion beginnen, welche in einer Explosion endet. Diese Steine sind eine mächtige Waffe, aber nicht ohne Risiko. Ein zweischneidiges Schwert. Ja, wir sollten unbedingt Captain Olimar befreien. So, das Problem ist, jetzt haben wir einen Bosskampf vor uns. Ah, okay. Problem ist, ich weiß ja nicht, was für ein Boss das ist. Also, ich hab immer lieber Rot dabei, ne? Die weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Rosa wichtig werden, äh. Aber die können das gut über den Fluss tragen, den Shit. Dann hätte ich die Roten als Kämpfer. Aber der Boss, der wiegt immer viel, ne? Ja, 40 Rote reichen zum Battle, ne? Dann hätte ich 40 Rosane, die über den Fluss den ganzen Shit transportieren, damit das schnell geht. Ja, ich bin noch nicht so zufrieden, aber ich hoffe mal, dass es okay so ist. Boss-Fight. Wir haben den ganzen Tag, das ist eigentlich ja nicht so schlecht. Ach, die Spinne respawnt, okay. Wir haben sogar alle mit Blumen, seh ich gerade. Ach, guck mal, vielleicht kill ich die auch noch, da, da unten. Da hinten ist nicht wieder dieses komische Schwammelvieh. So, jetzt wird's interessant. Die Musik verstummt. Käpt'n Olima, halten Sie durch. Äh, naja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. Uh, euu Bangen sind sie? Okay. Nein! Nein! Hey! Warum? Hey! Okay, nice! Wir haben einen verloren. Oh je! Schnell! Weg! Boah, das ist mies! Boah! Okay, noch ein Leben hat sie. Ja, noch ein Leben. Das ist gar nicht so schlecht, dass wir so viele rosa Pigmen mitgenommen haben. Und zwar nicht für den, äh... Was ist das denn? Schnell raus! Oh, die haben uns reichlich Pigmen geklaut, ne? Okay, sie haben einen gekillt. was ist das? Killsie! Yes! Yo, volles Massensterben. Ist das Helplenolima? Er bewegt sich nicht. Wir müssen ihn zur Dreck bringen und ihn verarzen. Äh, ja. Sollten wir. Dornistenkönigin. Ha! Die hört sich ja cool an. Ja, okay. Ähm, ja wer trägt was? Ich muss mal gerade auf die, äh, Pikmin Population gucken. Also die Steinpikmin haben gerade am wenigsten. Deswegen würde ich denen einfach den Boss gönnen. Ja. Den Steinpikmin gönnen. Äh. Passt. Okay. Ähm. Dann schicken wir schon mal einen Boss. Charlie. Bitte gehe zur Drake. Und die kleinen Viecher. Ja, kriegen die Rosanen alle, ne? Weil die können fliegen. Weil die können fliegen. Und den Rest kriegt, äh, die roten, ne? Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Wir haben nicht genug Pikmin! Ah, Hilfe! Ah, Hilfe! Ich hoffe, dass die kein Problem haben, weil hier eine Spinne hängt. Okay. Die wurden schon mal durchgelassen einfach. Aber die Flugpikmin könnten ein Problem bekommen. Mit der Spinne hier. Ich werde die Spinne killen. Siehste? Die fliegen alle da rein. Sehr gut. Oh Gott. So. Zack. Jetzt können sie einfach durchlaufen. Perfekt. Dann geh du bitte jetzt richtig zu Drake. Das eine Vieh haben wir ja besiegt. Moin. Wie viele Pikmin haben wir denn noch? 17. Ja, okay. Die Frucht müssen wir schon holen, ne? Alles andere, was jetzt nicht mitkommt, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, so. Ja, da liegen jetzt noch ein paar kleine, aber die bringen eh nur ein Dingsbums. Also... Hinter denen ist so viel. Ich glaube, damit sind wir mit dem Gebiet durch, oder? Also bis auf die blauen halt. Moin. Tch. He. Ja, die droppen immer nur eins, ne? Aber... Besser als nix. So, da kommt der Boss. Den kriegen die Steinpickmen. Der pusht jetzt richtig hart. Alter, diese ganze Schlaufe hier. Oh. Diese ganzen Pikmin-Reihen hier einfach. Also lass, komm, wir gehen noch die Beute holen. Komm. Wir haben eh nix mehr zu tun an dem Tag. Alben Blöntchen, die gehen zurück. Alben Blöntchen, die gehen zurück. Flump. Flump. Moin. Flump, Flump. Objekt geborgen. Er steht direkt neben der. Analyse wird durchgeführt Außerirdischer von Hokotate Lebensraum befindet sich im künstlichen Tieflauf Er weiß, wo unser Überlegsschlüssel ist Hoffentlich wacht er bald auf So Die müssen ja auch bald da sein Genau, wir hatten hier dieses Vieh Damit könnten wir noch versuchen, unsere Pikmin geiler zu machen Vor allem die roten Ich glaube, das mache ich schon mal offscreen Ich gehe mal hier Alle wegschicken Und dann hole ich nur rote raus Weil die müssen performen Aha, da sind ein paar Mit Blatt So Zack Zack, 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 zack Das geht einfach schneller mit denen So Da liegt noch eins Damit haben wir den Boss Quasi abgetragen Neue Frucht? Achso, die ist auch endlich angekommen Könnten auch versuchen, diese Viecher da unten jetzt zu besiegen Wir haben ja jetzt theoretisch Bomben Aber ich würde versuchen halt Ja, ist schon mal nice Damit haben wir fünf Die Fünf Saufzeugs Das heißt, wir könnten damit 50 Pikmin Geiler machen Ja, tragen einfach alles ab Früher gab es in Pikmin Challenges immer So wenig wie möglich Pikmin ausbrüten In diesen Dings habe ich gesehen Man muss irgendwie tausend Pikmin ausbrüten Ah, das kriegen wir easy Achso So Schön, die Blood Pigments Stimmt, das schaffen wir aber nicht mehr mit So Moin Da haben wir 87 Oh, wie süß die am Singen sind Einfach durchlaufen Gönnt euch Jo Einfach alles So Wir haben keine Blue Blätter Dinger mehr Dann kannst du zurückgehen Ah, warte Du könntest noch Wenn du schnell bist Könnten wir noch Fünf von diesen Bären sammeln Genau Dann kriegen wir noch ein Motivierspray dazu Geh du zurück So Noch 13 Die wir uns Zu Blumen machen können Schaffen wir auch easy Ach, die laufen jetzt auch zurück Ja, okay Ist kein Problem Flügel-Pigmin Ja, Stein-Pigmin haben wir so wenig Komm, wir gucken mal, ob wir noch ein paar Stein-Pigmin-Blumen machen können Ach, du Scheiße Ja Oh Ja, nee Das reicht nicht mehr Aber Wir können es noch schaffen Die roten Sechs Fünf Ja, das schaffen wir noch Hey, 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 hey Verrückt So, wir haben 100 rote Blüten-Pigmin Das ist doch geil Schöner Abschluss für diesen Tag Yeah Etwas Neues Was bist du denn? Was ist denn das? Das ist das Kerntresor Ich habe leider keinen Plan, was das ist Sieht aber aus wie so eine Höckerfrucht Ah, so hieß das orange Ding Höckerfrucht Oder? Ich weiß es nicht mehr Ich meine, den Begriff habe ich schon irgendwo mal gehört Naja Was bringt der? Zwei? Zweieinhalb vielleicht? Uh Zweieinhalb Nice 25 Arten Wir haben wirklich viele Früchte gesammelt Sollte einer Menge Kompanien helfen 44 So Alter 183 von diesen Rosanen Okay 168 davon Ja Steini sind auch mal ein bisschen gepusht worden Nice Sind zwei gestorben nur? Okay, crazy Hätte ich das nicht gewacht Gedacht Aber okay Rosapicken brauchen wir auf jeden Fall jetzt nicht mehr zu verwegen Wir haben genug Ja, damit danke ich mich fürs Zusehen Wir hören uns beim nächsten Mal wieder Bis dahin Haut rein Und tschüss Mit einem neuen Gebiet wahrscheinlich, ne? Bis zum nächsten Mal Ciao Philipp your Hi 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 Ich Hi 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 Hi